Wo wohnt eine Katze am liebsten? Im Mietshaus. Was sagt ein Hollywood-Schauspieler zum anderen, wenn er... Was sagt ein Hollywood? Was ist denn das hier für eine Nummer? Wollen wir gar nicht. Franz Else macht mich hier fertig mit dem Mietshaus, aber wenn ich jetzt mal irgendwie einen gepflegten kleinen 80er-Jahre-Pündelwitz erzähle... Ich feudel noch mal durch. Ich feudel einfach noch mal durch. Wo ist denn Anke das Kehrblech?